Machen wir mal Nacktsicht an. Erstmal mal die Tür zu. Der Hümerrücken zur Wand. Nacktsicht. Ist das wirklich eine Taschenlampe? Das ist super scheiß Taschenlampe. Also wenn ich im Jahre 2000 ein Hasseln nicht gesehen wäre. Hä? Sind das wir? Ne, oder? Nein, um Gottes Willen. Holografischer Rahmen. Klopio, was? Clio PM hast du nicht gesehen. Hä? Was? Ne, vergiss es. Hä? Optische Täuschung. Oh, ich kann den Vorhang weg machen. Da ist ja überzeugend nichts hinter. Noch nicht. Eine Taube. Ne, es ist Plastik. Genophage mal wieder. Das schöne Buch über Genophage. Genophage? Ne, was war das? Nanophage. Genophage war am Ende. Ja, das ist ja auch ein Effekt. Das ist ein Effekt. Ne, locker ist nur ein Riesen... Oh, schön. Zintrosin. Jam, jam, jam. Sehr, sehr gut. Ne. Ne. Geht schon so langsam auf, ne? Mann. Hier ist man ins Bad. Ja. Gleich kommt das kleine Mädchen hier. Hallo. Pietra. Ist da. Ist da. Das brauchen wir wahrscheinlich gleich. Ja. Ist da unten? Das sind diese kurzen Dinge an der Wand. Diese Leuchten. Mir ist irgendwie ganz komisch. Ja, mir auch. Da liegt ihn. Oh, Gott sei Dank. Oh, endlich mal eine abgeschlossene Tür. Ich mag abgeschlossene Türen. Hallo. Ja. Hallo. Aber wieso hat das Mädchen uns diesen Code gegeben? Ach du Kacke. Da sitzt doch was. Taschenlampe? Ja, da sitzt jemand. Oh. Ich will da nicht. Bauschaum. Cool. Da ist alles zugemacht. Stimmt. Das ist alles so mit. Ja. Dass man das nicht hört. Genau. Schallabsorber. Schallobserver. Schallobserver. Oh. What? Machen wir Taschenlampe aus. Okay. Ach so. Ah, okay. Ich weiß nicht, was der BH halten soll, aber er hält es nicht. Nee. Oh, das ist eher umgekehrt. Ja. Okay. Sind das Ihre Augen? Die da so rotieren? Nach dem Motto? Oder? Keine Ahnung. Also das haben wir ja schon öfter gesehen auch. Alle spielen sie das Spiel hier. Oh. Okay. Versuch das mal. Hm? Kannst du nicht irgendwie rechtsklicken oder so? Ach so. Ach, das muss ich jetzt mit der DNA sehen. Oh. Boah. Illegale psycho... Psychoaktive Substanz. Feed. Haben wir schon mal irgendwo gesehen. 56 Gramm Feed. Kann ich die nicht mitnehmen? Oh, Mann. Dann ist nix... Müssen wir uns wieder verbinden oder so? Ah, okay. Schierkörper, weiblich. 54 Kilo. 54 Kilo ist nicht viel. 72 Zentimeter. Ah, plus Blutgruppe, Lebenszeichen instabil. Okay. Müsste ich jetzt als Polizist nicht helfen? Hm. Ja. Ich muss an den Computer wahrscheinlich. Aha. Die Daumen, Liebhaber. Der Klipp. Pests to some. Pests to others. Sehr schön. Der Club der Taubenfreunde. Hier versammeln sich Vogel, Liebhaber. Start, Community, Auktionshaus. Aha. Schädlinge für manche, Haustiere für andere. In unserem Auktionshaus können unsere Mitglieder ihre geliebten Gefährten kaufen und verkaufen. Weiblich, 16 Jahre alt. Sehr gut ausgebildet. Sie sind von klein auf bei mir. Sterilisiert. Also kommen eine Züchtung... Was? Kommt eine Züchtung nicht infrage. Insgesamt in gutem Zustand. Aber ihr fehlen ein paar Federn auf dem Kopf. Die Narben sind allerdings kaum sichtbar. 12.000 Credits. Männlich. 12 Jahre. Ach du Kacke. Was ist denn das hier? Okay. Müssen wir nicht alle durchlesen. Das ist jetzt irgendwie ganz viele Sachen zum Thema. Ich kaufe mir Tauben im Auktionshaus. Also wer in dem Haus wohnt, der braucht keine Tauben im Auktionshaus. Viel wichtiger ist doch sowas. Hiermit wird bestätigt. Was ist das? An die zuständige Stelle. Dass Paulina... Mordea... 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 wurden keine frühzeitigen Verhaltens... Interventionen unternommen. Sie hat nahezu alle Sprach... Sprech- und sozialen Fähigkeiten verloren. Es ist zweifelhaft, ob sie sich jemals erholen wird. Selbst wenn sie sich den verfügbaren... Invasiveren Behandlungsformen unterzieht. Ach so. Ist das da Pauline? Kann sein, ja. Was mich zum zweiten Punkt dieser Ansicht führt, ich glaube nicht, dass Paulina Madjeva eine Prozedur zur Verbesserung der kognitiven Funktion überstehen würde. Das Ergebnis ihrer Blutuntersuchung hat ergeben, dass ihre Organismen die umfangreichen Implantate sehr wahrscheinlich abstoßen würden. Abschließend bin ich der Meinung, dass Paulina Madjeva niemals selbstständig sein wird und für den Rest ihres Lebens Pflege benötigen wird. Ich sehe keine Aussicht auf eine Verbesserung ihres Zustands. Dr. Alexander Zardowski. Betreff alles bereit. Alles ist bereit. Komm einfach vorbei, wenn du bereit bist. Besorge unterwegs ein paar Windeln und einige IV-Patronen. Die zur Erholung, was? Die zur Erholung, die du ohne Rezept bekommst. Den Rest habe ich hier ohne O. Die V-Patronen, was könnte das denn sein? Gut, morgen also. Später am Abend. Ich werde alles haben. P. P ist vielleicht Paula, dass sie doch nicht so war, wie alle sagen. Wobei, das kann auch fast gar nicht sein. Jetzt kommen noch A und O dazu. Treff Whitebox. Wie sieht's aus, Kumpel? Kannst du liefern? Das letzte Mal hast du mir einen Haufen Träume verkauft, aber ich bin schon mal reingefallen. Ich hab dir das Geld, die Technologie und das Asset besorgt. Jetzt musst du dein Teil erledigen. Zum letzten Mal. Wird das klappen? Wenn du nicht sicher bist, sag es einfach. Wir werden uns schon einig. Ich respektiere Leute, die ein ordentliches Ding drehen können. Nichts für ungut. Denke genau nach, bevor du auf Antworten drückst. Sei ehrlich. Wird es klappen? Jep. Na, das ist mal beruhigend. Jetzt probier das nochmal, aber mit mehr Wörtern. Ja, es wird klappen. Ich hab's bereits in einer virtuellen Testumgebung ausprobiert. Für deine Zwecke funktioniert es perfekt. Für das Asset besteht kein Risiko. Ich überwache die Software von hier aus. Und bei der geringsten Aktivitätssteigerung setze ich es auf Standby. Was mich zum letzten Teil unserer Zusammenarbeit bringt. Du hast gesagt, das Asset befindet sich in 113. Oh. Ich nehme an, du hast die Maschine in einem der benachbarten Apartments untergebracht. Ich brauche den Zugangscode für den Notfall. Dieser Punkt ist nicht verhandelbar. Wenn dir das nicht passt, wird aus unserem Deal nichts. Ich behalte die Technologie. Du bekommst dein Geld zurück. Okay. Betreff du Schlampe bist erledigt. Du Lügenschlampe. Ich weiß. Du bist hier und benutzt meine Ausrüstung. Ich hätte es besser wissen müssen, statt dir mein Passwort zu geben. Glaubst du echt, dass du damit durchkommst? Sobald ich hier rauskomme, schnappe ich mir dich, Schlampe. Dein Schrumpelhintern rettet dir niemand. Ich tanze auf deinem Grab. Mhm. Zero. Lügenschlampe. Lügenschlampe. Ist damit jetzt die Frau in dem Stuhl? Ja. Wahrscheinlich. Ist das Paula oder wie hieß sie noch? Er hat gesagt, 113 ist das Zimmer, wo das drin ist. Genau. Und der Raum, wo wir jetzt drin sind, ist ja in der Nähe von 113. Ja. Oder ist das sogar 113? Oder ist das sogar 113? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Uh. Uh. Was ist das denn? Cephalus? Noch ein anderes Programm. Aber erstmal müssen wir Spinnentypen. Ja. Okay. Warte mal. Wir haben hier Level 6 schon. Geil. Die verdammten Spinnen schon wieder. Ach du Kacke. Verdammten Flugzeug. Wow. Erstmal die. Die Münze da oben kannst du auch gleich mitnehmen? Ja. Was? Oh, die Königin. Oh mein Gott. Aber die zerfetzt andere. Die ist aber auch andere Spinnen. Das ist geil. Ah, okay. Jetzt sieht sie uns nicht mehr. Cool. Wir können uns das Schwert holen. Müssen wir mal drauf achten. Es gibt aber nur die eine gerade. Aber sobald sie uns da sieht, wird sie wieder zurückkommen wahrscheinlich. Ja. Wie wird der denn folgen? Wenn du jetzt runter gehst. Ja. Aber ist das schlimm? Eigentlich nicht. Und dann holen wir die anderen auch mal mit dazu. So. Jetzt musst du mal schauen, wenn wir uns das Schwert holen. Da können wir auch lang. Da können wir auch lang. Ich denke mal, das Schwert brauchen wir für die letzte Spinne, die oben vor der Prinzessin steht. Ja, wahrscheinlich. Stimmt. Ah ja, die kommt ja jetzt schon. Dann lauf mal im Kreis da nochmal. Ohne Schwert wäre am besten. So. Aber jetzt ist es auch egal. Nee, passt. Der Hund runter. Äh, what? Oh, du hast die. Nein! Oh. Wie, was? Vielleicht weil die zwei Felder springt? Ach, das kann sein. Weil die so schnell ist. Scheiße. Fuck. Das habe ich nicht beachtet. Ja, jetzt haben wir verkackt, oder? Ja, jetzt haben wir verkackt. Ich glaube auch. Ja, dann renne ich da eben. Beste. Neues spielen. Ah, okay. Ich muss aber eigentlich mal eben aufs Klo. Ah, alles klar. Du guckst dir das an, du studierst das, studierst du, ich gehe aufs Klo. Ja, viel Spaß. Und wir sind gleich wieder zurück. So. Warte, 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 ich sitze noch nicht richtig. Ich sitze noch nicht richtig. Jetzt hat er eine Mütze eingesammelt. Das ist mir sowas von egal. So, Pee, wie brauchst du denn? So, erst mal ein Stück nach hier gelockt. Mit unserer Sicht scheiße. Idiot, was? Oder war die schon die ganze Zeit so kacke? Ich glaube, die war die ganze Zeit schon so kacke. Okay. Aber kann sein, dass es ein bisschen schlimmer geworden ist. Wenn ich pinkel war. Ja. Ja, wer weiß. Kann ja sein, dass es einfach über Laufzeit geht. Du hast dir jetzt einen Weg ausgesucht, der perfekt ist. Äh, keine Ahnung. Kann sein. Aber ich habe auf jeden Fall gesehen, dass man hier alles abräumen kann. Ja, stimmt. Da unten auch im Prinzip. Ja. Also wenn du jetzt nach unten gehst. Also beide mitnehmen, die Münze in der Mitte holen. Zack, zack. Die Münze kannst du eigentlich auch nochmal holen und nochmal eine Runde drehen. Ja. Und dann oben. Aber die könnte ich mir wahrscheinlich auch später holen. Das weiß ich nicht. Egal. Machen wir einfach nochmal eine extra Runde. So. Und jetzt müssen wir überlegen. Die Spinne darf uns ja nicht zu lange sehen. Ja, stimmt. Eigentlich reicht das so schon. Jetzt sind wir da. Jetzt zieht die uns. Okay. Aber nicht zu lange. Und ja. Das ist es eigentlich. Stimmt. Die Knäuel kannst du einfach vor dir her schieben. Boah. Boah. Nur weil ich pinkeln war. Oh Mann ey. Das tut mir so lange. Das kann nicht hergestellt werden. Verdammte Kacke. Was soll das? Ich will nicht raus. Okay. Nimm erst mal was. Mal ein paar Zymtrosin reinpfeifen. Oh ja. Oh ja. Gut. Alles klar. Das ist bestimmt nur so ein Filter einfach. Über dem optischen Augment. Ja. Und damit wir uns die ganze Zeit die Drogen da reinziehen. Das ist bestimmt gar nicht so. Ja, vielleicht ist es doch psychisch belastend. Ich weiß es nicht. Naja, du kriegst mit, was uns passiert. Wie es uns geht. Ja. Also. Nordic, Nordic, Nordic. Was ist das denn da? Was? Da am Kopf. Da. Ach, das ist so ein Implantat wieder. Aha. Uh, Pieter. Ach, Pieter. Okay. Hat das Mädchen nicht gesagt, ihre Freundin heißt Pieter? Ja. Ach, krass. Mittlere Maustaste zum Verbinden. Ich will nicht nochmal reinkommen. Oh. Ach. Ach. Enter the Matrix. Oh. Hat sie gemerkt. Naja, sie lebt ja auch noch. Oh, Gott. Okay. Na, wenigstens sieht das jetzt hier alles ein bisschen schöner aus. Aber wir sind, nein, wir sind nicht Pieter. Frage ist, wie lange? Wie für immer. Jetzt kann ich raus. Disco? Ja. Das ist auch wieder die Disco-Bucke, ne? Ja, eine unvergessliche Nacht. Aber nicht so schnell. Ah, VHS-Kassette. Uh, guck. Oh, das war zu tief. Hm, schade. Oh, noch mehr VHS. Okay. Doch ist die Mucke. Ja. 1 zu 1. Eine unvergessliche Nacht. Willst du die wirklich schon drücken? Nein. Da können wir noch die Tür testen. Okay. Gut. Ist das ein Nebel oder Kralen? Ich drück den Knopf. Äh, ja, okay. Okay. So, wie war es? Intens. Woher hast du es? Haha, ich weiß einen Mann, der einen weißen Mann. Und es ist mehr, woher das kam. Wenn du mir das Klasse B-Upgrade bekommst, können wir das in einem mehr leckersten Umfeld machen. Ich sagte dir, Ono, diese Dinge nehmen Zeit. Außerdem, es ist mehr entschuldig, diese Weise. Du, riechen Menschen und deine Kicks. So? Wie war es? Intens. Woher hast du es? Haha, ich weiß einen Mann, der einen weißen Mann. Es gibt mehr mit dem Kicks. Also, das ist Pieter oder Schweinereich, oder was? Wahrscheinlich. Augmentation ist nicht eine Option. Ach, das ist das Krankenhaus. Stimmt, die E-Mail, die wir gelesen haben von dem Doktor. Ah. Der gesagt hat, nein, Augmentation würde ich Ihnen nicht empfehlen. Inoperabel. Okay, jetzt ist der Schwall da weg. Da ist er wieder. Hä? Es ist besser, es zu akzeptieren. Ja, wenn Erste sagen, da gibt es nichts mehr zu machen, das muss man akzeptieren. Das ist immer... Es ist nichts, was wir jetzt tun können. Was? Was ist das? Ist das Eis? Nee, Plastik. Oder? Kann sein. Oder ist das Käse? Ah. Das ist ein Schwamm. Wieso haben da eigentlich gerade wieder Kinder gesungen? Wieso hast du eigentlich gerade weggeguckt? Da war doch eben was. Du musst dir die Tür angucken. Geh nicht ins Licht. Ist doch zu spät. Nee, dann lassen wir es nochmal. Ah, verdammt. Da ist das Licht auch. Okay. Hm. Na gut, da gehe ich ins Licht. Bäh. Bäh. Äh, wieso ruckelt das? Zu viel Licht. Zu viel Licht. Licht ist kostenintensiv. Oh. Äh. Ja, sowas bauen die Macher von Leia so viel gerne. Ja. Ist ja klar. Ah, okay. Ist das... Ist das ein Wal? Ja, sieht so aus. Blauer Wal. Blue Whale. Nein. Nein. Hm, hm, hm. Ach. Oh. Oh, okay. Okay. Das ist ein dicker Trämmel. Gott, das ist verrückt. Okay. Wie funktioniert das? Wir machen die erste Session morgen, dann eine andere und eine andere. Und in ein paar Wochen, sollte es nur genug sein, dass wir... Das heißt, der Ono ist ja der, mit dem wir auch geschrieben haben. Ja, ist dieser Typ da. Soll sie jetzt einen neuen Körper bekommen? Du meinst das? Von dem kleinen Mädchen nebenan? Weiß ich nicht, oder... Meinst du, dass ihr Gedächtnis transferiert wird? Ja. Oder ihr Geist könnte sein. Könnte ich mir zumindest vorstellen, dass sie davon reden. Okay. Und deswegen hat das kleine Mädchen auch zwei Gedanken im Kopf. Weil es nur so halb funktioniert hat vielleicht. Ja, genau. Du bist Pauline. Und du bist Pieter. Ja. Ja. Ich kann's nicht sehen. Ich bin... Ich bin... in deinem Hand. Weren Sie immer da? Nein. Die Doctors sagen immer, ich bin nicht gut da. Ich kann sie nie sagen, dass sie mich alleine sagen. Aber du bist jetzt. Wie ist das möglich? Wie ist das möglich? Ich... ...lehrte... von dir. So. So wurden quasi die... ja... Zwei Geiste zusammengeschmeißt. Oh. Nein! Nein! Ah, fuck! Ach so, ah! Ich dachte, das würde mich auch schützen. Was? 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 Was ist das denn jetzt? Das? Das ist der richtige Punkt. Sicher? Da hat's eben geleuchtet, ja. Weiter rechts. Zack. Okay. Okay. Was zieht denn da sonst noch mit? Nix. Oh. Okay. Achso, das muss aber unten bleiben jetzt. Oh Gott. Achtung. Oh Gott. Oh Gott. Alter. Und jetzt? Was hat das jetzt gemacht? Ich hab keine Ahnung. Oh. 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 Da hinten ist irgendein Knopf? Ja, geht da gleich mal hin, wenn's wieder uns sicher ist. Aber es ist echt... Man merkt, dass es von den Leuten ist, die man da... Ah. Okay. Bei den Machern von Layers of 4. Ja. Man merkt das so krass. Was? Auch mit diesem Zeitspielereif... Sch-sch-sch-sch. Ach komm, ich bin dahinter. I bombed his head. Ach. Was denn? Kindergesänge kommen gleich nach Puppen. Aaaaaah. Nee, ist noch ok. Da links ist noch ein Schalter? Ja. Ich höre. Ich habe eine gute Zeit, um zu entwickeln. Shut up, Ohno! Du wirst nicht wissen, was es ist. Ich kann fühlen, was sie fühlen. Ich denke, dass sie besser ist. Pfft! Es ist kein besser. Das Mädchen ist ein verdammt. Hey! Ich denke, wir haben einen Diefen. Right. Sorry, ich... Das erinnert mich. Die Papierarbeit ging durch. Du bist jetzt offiziell ein Klasse E-Citiz. Ha, du bist wirklich ernsthaft? Ja. Ich habe ein paar Strenzen geklappt. Rapporte nur zum Asimilation-Center in der Welt. Ha, 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 ha! Pieta, du bist ein verdammt. Ja, das ist mir. Hm. Heißt das das kleine Mädchen, die Paulina ist? Die Behinderte sozusagen. Also die geistig, äh, äh, nicht mehr ganz Richtige, was der Arzt gesagt hat. Und deswegen haben die gesagt, Mensch, hier, komm. Machen wir mal deinen Geist in ihren Körper, weil... Für sie ist es eh egal. Weil sie geistig verwirrt ist, die Kleine. Hm. Hm. So klingt das gerade. Könnte. Das ist auch heftig. Das ist... Oh, da kannst du wieder hochfahren. Boah. Ne. Gleich auf die andere Seite. Aha. Oh, 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 oh. Äh, what? Oh. O. And Heaven? Weißweiß nicht. Das Ding da, neben dir. Guck, wie? Mhm. Hm. Keine Ahnung. Da in der Mitte ist auch noch irgendwas, ne? Mhm. Ich glaub auch ein Schieberegler oder sowas. Wo? Oder weiter links noch. Noch weiter links ist auch noch was. Wo denn, wo denn? Da, genau, das da. Das Ding? Ja. Hä? Ich kann aber nichts machen. Ach, der Schieberegler ist wieder... Verdammt. Ja, es geht nur über Zeit irgendwie, ne? Ach, du meine Fresse. Oh, okay. Okay. Wo wusstest du, dass ich hier bin? Warte, du solltest nicht das tun. Wie wusste du, dass ich hier bin? Ich habe... gelernt... von ihr. Paulina. Soll ich einfach sagen, dass ich ein Beobachter bin? Oder soll ich einfach sagen, dass ich helfen will? Soll ich was zu helfen will? Ich werde dich schützen. Ich werde dich raus. Ich... weiß nicht, ob ich dich will. Warum ist das jetzt? Dieser Traum ist ein Tempel, wo wir als Ereignis sind. Wenn der Traum stirbt, der kleine Engel fliegt. Lass mich mit ihr bleiben. Ich bin ein Observerer. Du wirst wissen, was das bedeutet. Ja. Ja. Du... Du bist in meine Hände. Wie ich in ihr war. Beenden wir das. Könntest du nicht die Verbindung wiederholen? Lass mich sie auszusehen. Es muss einen Weg geben, um dir zu helfen. Um dich zurück in dein eigenes Körper zu ziehen. Mein Körper ist tot. Das ist der einzige Weg. Bitte, weg! Peter? Peter? Peter?